Bidifast ist ein Pokémon mit den Typen Normal und Wasser. Er existiert seit der vierten Spielgeneration und entwickelt sich aus Bidiza. Bidifast ist ein metergroßes bieberartiges Pokémon mit braunem Fell. Der Kopf ist recht breit und trägt eine schwarze Schnauze mit großen weißen Nasenzähnen und einer roten Stupsnase, die einen heller Fellfleck umgibt. Die großen runden Backentaschen fallen bei Bidifast sofort ins Auge. Der nach unten in er breiter werdende Oberkörper hat auf der Brust einen großen hellen Kreis. Die zwei recht kurz ausgefallenen Arme haben drei Finger und die zwei kurzen dicken Beine haben dicke Tatzen. Der dunkle dicke Schweif ist rund und hat einen weißen gewellten Strich in der Mitte des Schweifes. Bei der Entwicklung auf Level 15 zu Bidifast bleibt sein Attackenrepertoire hauptsächlich bei physischen Attacken und es erlernt vor allem starke Attacken wie Knirscher, Nassschweif oder Risikotackle oder auch die Statusattacke Schwerttanz. Seine Fähigkeiten bleiben bei entweder Wankelmut, wodurch das Pokémon anfälliger für Statusveränderungen ist und der Effekt der eigenen Statusveränderungen verdoppelt wird oder die Fähigkeit Unkenntnis, mit der es die Wechsel der Statuswette des Ziels, des Gegners ignoriert und das Pokémon dann trotzdem angreift oder die versteckte Fähigkeit Gefühlswippe, was einen Statuswert erhöht und einen anderen senkt. Bidifast gilt als fleißiger Arbeiter. Das Pokémon durchbeißt mit seinen sehr scharfen Zähnen Wurzeln und Äste und baut sich daraus in Flüssen einen kleinen Damm aus Stöcken und Ästen, die es mit Schlamm verklebt. Die von ihren eingedämmten Flüsse treten niemals über ihre Ufer, was Bidifast zu einem beliebten Nachbarn macht. An Land wirkt Bidifast träge und langsam, doch im Wasser bewegt es sich mit Hilfe seines breiten Schweifs agil wie ein Fisch-Pokémon fort. Dabei ist Bidifast der letzte Teil der zweistufigen Entwicklung und entwickelt sich auf Level 15 aus Bidiza, wird aber deutlich schwerer und größer. Der Schweif vergrößert sich und die zwei Vorderbeine werden zu armeln. Die Schnauze bleibt ebenso wie der Gesichtsausdruck gleich. Und mit seiner Typenkombination ist es immun gegen Geistattacken, nimmt halben Schaden gegen Stahl, Feuer, Wasser und Eisattacken, doppelten Schaden gegen Kampf, Pflanzen und Elektroattacken und der Rest macht normalen Schaden.